Hey Nitzko Leute, hier ist Kroppnich herzlich herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Spiel namens Donald The Return Und längst in die Einschülung muss ich machen Kannst du bitte die Musik normal abspielen? Das wäre ein bisschen... besser Aber ok, wir springen einfach mal ins Spiel rein Switch Items Mit Enter machen wir Türen auf Ok, mal merken, mit Enter machen wir Türen auf, nicht mit E Die Musik kenne ich, die ist ziemlich Standard, aber naja, das sieht jetzt schon aus wie innen... Mittelklasse-Horrorspiel, würde ich mal sagen Ich habe gesehen, dass das Spiel nur ca. 5-10 Minuten geht, deswegen... Ok, ich verstehe kein Wort von dem, was du mir versuchst zu sagen Das ist verdammt leise Ok, ich verstehe kein Wort, das ist sauleise, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas hört Aber im Hintergrund redet der Hauptkarakter ganz, ganz... Ganz leise mit sich... Aber was zur Hölle? Ok, der Soundtrack ist verdammt overused, der war schon ein Jeff Bekiller ziemlich nervig Und da klingt ziemlich trashig, aber naja Oh, ich... guck mal, ich verstehe kein Wort von dem, was du versuchst mir zu sagen Deswegen mache ich einfach mal weiter Ich habe drei Leben Ok, krass Gibt es hier hinten irgendwas? Ich schaue mich einfach ein bisschen um Kann ich es mitnehmen? Nein? Ich kann aber auf die Kerze drauf Ok, ich stehe also auf der Kerze Das macht ganz viel Sinn, mein Spiel Wunderschön, ein super Spiel Mach bald Ok, soviel dazu Ah, ich... Ah, ich... Ah... Ok, ich springe auch mal hier durch Oi Hi Kommst du von hier? Ok Mach weiter damit Geil Hier? Geh ich da rein? Request the key to open Der ist bestimmt nicht da hinten Bestimmt nicht Jump... Also sind das Gesicht da? Das fiel sehr aus wegen Gesicht, aber... naja Jumpscan 3 2 1 Woher weiß ich das immer? Woher weiß ich das immer? Das klingt viel dramatischer als es eigentlich ist, aber naja Verdammt, das war schwer Oh Gott Du kannst so schnell laden, das ist nicht viel im Spiel was zu laden ist, das kannst du auch... Dankeschön, schneller machen Ach, red... red lauter Kumpel, ich versteh nix Gibt's hier irgendwo lang? Nein Ich weiß nicht mal, was ich hier zu sagen soll. Ich lauf durch den Keller. Sieht alles gleich aus. Und ich renne hier lang. Und die Wände sind krass. Und... Ach Leute, das ist echt... Du schon wieder? Okay. Du hast einen Spaß. Ich springe ein bisschen durch. Habe ich Schluck auf? Okay. Gut. Hinter mir ist gar nichts. Vor mir ist gar nichts. Ich laufe nur eine halbe Stunde geradeaus. Und suche nach der Wahrheit. Von dem... Ich habe keine Ahnung, bevor ich die ganze Zeit rede. Aber irgendwas werde ich aber suchen. Krass. Warum? Okay. Schrei du ruhig. Ich habe zu einem gerade die Zähne gezogen. Der arme Typ. Da hinten ist irgendwas. Nee, ist nur Schratten oder so. Äh, krass. Blut. Verdammt, Sabrina! Hat Sabrina etwas mit zu tun? Ach Gott, ist das krass. Oh, fuck! Okay, das ist ziemlich komisch, das viel. Komm ich hier an dir vorbei? Komm ich an dir vorbei? Dankeschön. Gut. Bitte sag mir, es geht überhaupt weiter. Ja, geht's. Cool. Wie sollte ich an dem vorbeikommen? Äh, okay, das viel ist schon ziemlich unangenehm. Ich will mal danach zählen, wie viel Prozent des Videos die Level Transitions und Loading Screens sind. Ich habe das Gefühl, dass mindestens die Hälfte des Spiels die Ladebildschirme sind. Aber naja, weiter geht's. Ach, jetzt sind wir auf einmal in einer Salzmine. Ist okay. Gut. Was ist das für eine Decke? Egal, ich... Ach, ich nehme einfach alles so an, wie es ist. Okay, ich bin hier in dieser Salzmähle. Und da hinten ist ein Stuhl. Und irgendwas liegt vor dem Stuhl. Ein Typ oder so. What the fuck? Okay. Ähm. So. Gut. Das war das Spiel des Jahres. Wahnsinnig gut. 12 von 10 Punkten. Einer. Einer. 0,5. Nee, komm. Das kriegt wirklich mal 0 von 10 Punkten. Ich glaube, das war das schlechteste Spiel, was ich hier gespielt habe. Auf jeden Fall. Immerhin habe ich die einen Countdown-Szene wieder richtig bekommen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst ein Lektar. Wenn nicht, dann geht einfach wieder weg. Und denke mich einfach, das habt ihr nie gesehen. Vergesst einfach alles, was hier in diesen 5 Minuten passiert ist und verschwindet. Bis später. I cropped it. Bye. Oh. Mein Herz tut irgendwie weh. Ich bin irgendwie sehr erschrocken. Ich kann... Ich kann... Ich habe einen starren Kopf. Ich kann mich nicht da oben rücken. Ich kann mich gerade laufen. Ich bin durch ein Panzer. Ich habe so einen Panzersimulator. Hör auf mir die ganze Zeit, den Jumpscares immer in mein Gesicht zu werfen. Ich muss schon ein paar Meter vorn machen, wenn ich eure Schrecke.